Ich finde es prima, dass es diesen Einsatz für den bundesweiten Volksentscheid gibt. Ich persönlich finde den bundesweiten Volksentscheid sehr gut. Ich freue mich auch darüber, dass meine Partei einen Gesetzentwurf dazu eingebracht hat, weil ich davon überzeugt bin, dass die Menschen heute neben der repräsentativen Demokratie sich mehr auch wünschen, dass sie direkte Beteiligungsinstrumentarien haben und ihre Meinung einbringen. Und ich denke, der bundesweite Volksentscheid wäre dazu eine ganz wunderbare Möglichkeit. Es gibt viele Themen, wo ich mir vorstellen kann, dass ein bundesweiter Volksentscheid auch etwas bewegen würde, wo die Politik aufgrund von Mehrheitsverhältnissen vielleicht nicht schnell genug ist, wo die Wünsche der Menschen aber eigentlich ziemlich auf der Hand liegen. Ich nenne das Thema Mindestlohn oder auch Frauenquote. Es gibt viele andere mehr. Und ich hoffe, dass der Gesetzentwurf verabschiedet wird und die Menschen sich dann eben auch überlegen, bestimmte gesellschaftspolitisch wichtige Themen über den Volksentscheid dann eben auch untertreiben.